Willkommen zu Prison Escape. So, ein Stück runter und genau, unterirdisches Labor. Dann holen wir das mal hier raus. Dann beginnen wir mit 0, 1, 1, 2, 3. Okay, 5, 8, 13, 21, 34, 35, 89. Und sie ist am Öffnen Dich. So, dann müssen wir jetzt hier den Schrank öffnen und hier das Z4 mitnehmen. Dann müssen wir hier zurück die Zange nehmen und den roten Draht einpacken. Dann geben wir hier ein nächstes Gerät, stecke das ein. Dann geht es hier hin. So, 1, 2, 3. Und zum nächsten 1, 2, 3. Dann 1, 2. Dann zum nächsten 1, 1, zack. Und draufdrücke und dann bekommen wir hier ein Schraubenschlüssel. Damit gehen wir jetzt hier hin. Drücke drauf. 1, 2, 3 und 4. Und dieses Feld kommt hier zum Vorschein. So, dann tauschen wir die beide. Die beide. Die. Die. Und die. Dann noch das und das. Dann das hier. Dann noch die beide tauschen. Und die wir. Dann 4, 9, 2. Genau. So, dann sind wir auch schon hier unten. Klarsichtfolie hier drüben. Das RM-8. Dann können wir hier schon mal die Klarsichtfolie hinlegen. Dann müssen wir hier wieder zurück auf R, äh G meine ich. Dann müssen wir jetzt hier puzzeln. Dann kommt das Stück hier hin. Dann müssen wir das, ja genau, das passt schon. Dann das hier hier hin. Dann das da, das mit plus 5. Dann das Stück. Dann hier das obere hier noch hin. Dann das untere. Dann noch das. Ah, da stehen 100 Grad drauf. Dann noch hier die 21 drauf. So, 8 plus 15 sind 13. 13 plus 18 sind 21. 21 plus 4 sind. Ja, genau. So, dann kommen jetzt hier die Tränke rein. Und dann heben wir hier noch die Klarsichtfolie hier auf. Und damit gehen wir dann hier zurück. U, G. Und dann gehen wir hier drauf. So, dann noch hier die Klarsichtfolie drauf. Jetzt schieben wir das so. So, dann haben wir hier einmal eine 2 und eine 4. Dann das so. Dann haben wir noch eine 8 und eine 5. So, merke. 2, 8, 5, 4. Dann zurück auf L, G. Dann nehmen wir hier das Brecheisen. Zack. Und dann reißen wir das hier raus. Und nehmen wir das Z-5 mit. Dann gehen wir hier zurück. Auf U, G war es glaube ich. Machen wir das hier rein. Dann brauchen wir einmal Rot. Dann brauchen wir einmal Rot. Blau. Rot. Gelb. Dann kommt es jetzt hier drauf. Dann wird es Grün. Dann können wir das jetzt hier einsammeln. ND-026. Das füllen wir hier in die Batterie. Die Batterie kommt hier in die Wand. Dann geben wir den Code ein, den wir vorhin gemacht haben. 2, 8, 5, 4. Und die Tür öffnet sich. So, und damit haben wir das unterirdische Labor abgeschlossen. Danke fürs Ansehen. Lasst gerne Like und Abo da, damit ihr noch mehr Folge ansehen könnt. Vergisst nicht die Glocke zu aktivieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Ciao.